und ganz herzlich willkommen habe ich tatsächlich auch gleich schon wieder gute laune wir machen nämlich eine neue folge von let's play news about maribos deluxe ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß und auch eine gute laune es geht so was von los heute ist so gut und jetzt zocken wir einfach mal eine kleine runde weil ich so was man los drauf habe gut los ich beginne wir beginnen wir beginnen wir haben so gute laune jetzt das go genau weil jetzt mal haben wir uns ja richtig angestellt und das machen wir heute was wir letztes mal gemacht haben was machen wir jetzt in einem schnellen durchlauf nicht wundern warum ich jetzt hier wie wir bin ich will ich unbedingt das ohne euch machen sehen wie gesagt werden wir versuchen werden es versuchen mit euch zusammen zu diesen also bewährte zusammen mit euch versuchen wir werden es versuchen das spiel und ich ja ich habe echt ein bisschen angst aber ich glaube mit euch zusammen macht es schon wirklich spaß ich glaube es macht wirklich spaß bei view man wir sind zusammen zu arbeiten und dann noch mit euch ein bisschen zu quatschen das wird sicherlich eine coole folge heute mal wieder und ich hoffe heute wird es cooler als letzte folge war die war schon die war peinlich sie war jetzt nicht so schön also ich habe ich ein bisschen geschämt ich habe ich wirklich ein kleines bisschen geschämt aber okay ich hoffe jetzt ist es auch alles sehr gut und ich würde mich freuen wenn ich alles haben würde heute einen guten ablauf das wäre echt schön für mich also wir schauen mal bei you wie wir es heute schaffen aber ich denke mal so zack als ob wir so gut machen aber ja nicht doch okay ja auch mal sehr wichtig immer sehr wichtig baby da kann man so schwer ist gar nicht immer so schauen waren es machen dann haben wir es ja schon mal cool ja guck mal wenn wir uns doch ganz gut sagt uns gut das war nicht so schlecht eigentlich gemacht also ja ich bin jetzt bis jetzt auch zufrieden genau ich bin mir zufrieden wie viel zufrieden so wie es gerade ist jetzt ja ist auch alles okay kann man sagen ja es ist relativ alles okay und wir freuen uns war ja darauf jetzt so schnell voranzuschreiten voranzuschreiten nicht für die freund nicht mehr schaffen würde das andere wäre das machen wir heute nicht das mache ich einfach aufs kühlen irgendwann wenn ich das schaffe wenn ich dann tut mir leid das level werbe jetzt machen baby und danach werden wir dieses karten machen danach machen wir das kassel versprochen jetzt genau genau ok los geht's ok ja nicht man wenigstens die doofen scheiß da coins bekommen ok war knapp aber hab noch geschafft aber das nicht ok korrekt du kleiner cooler man vielleicht haben wir es ja diesmal vielleicht verdammt nochmal schaffen wir es diesmal wir müssen einfach dran glauben aber manchmal klappt auch einfach nicht so gut dieser konnte war auch richtig gut gemacht alter wow dies gar konnte war gut geholt ich nicht gedacht ob ich die dann noch mal so gut ein junger ich bin der könig bitte bleibt so bitte ein junger hätte nicht gedacht ob ich die karko und diese pfanzösung einfach oder ausweichen kann es da richtig talentisch ach dann levy raften dieser scheiß münze da ist egal brauche ich danke sehr guter park bis jetzt habe es jetzt sehr schön vielen dank vielen dank vielen 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 dank sehr schön ich danke dem video genau zack 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 jetzt geht's weiter hier und jetzt machen wir dieses level bitte gescheit ja ja das wäre wirklich schön ich hoffe mal ich kann auch karten zwischendurch wenn ich bin ich fälle wenn ich fälle dann werde ich selbstverständlich auch karten das mache ich immer gerne aber jetzt mache ich es mal ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß bei video so kapieren wir es jetzt ja ich glaube es wird jetzt mal akzeptabel akzeptabel so wie wir die falsch ausspruchbare wort ich habe ich hab mich noch mal so mache es kein scheiß es kommt richtig fällig drauf okay auf dieses ja nervige spiegel auf dieses nervige abenteuer gerade hier wäre wirklich schön lieber luigi aber wir schauen mal wie wir es gemeinsam machen naja und jetzt können wir weitermachen mit noten ich bin gespannt ob wir schafft ohne fehl ich glaube nicht ich glaube irgendwie nicht aber wir sehen mal wie gesagt auf acht darauf achten dass du nicht springen ja auch wenn das schlägt ich muss springen und ich kann und genauer stehen bleiben ok genauer stehen bleiben wo ich gerade stand ok und packen wir es ja danke du mensch ich glaube ich glaube ich glaube ich habe es heute auch noch nicht mal diese runde werde ich auch nicht habe mich auch mal ok wir sehen mal ich bin so gut oder was kann es darf nicht wahr sein immer springen ist egal was macht er muss einfach aufhören mit so nerven ok und wird einfach nichts falsch machen wenn du es mal kannst du luigi sehr froh und muss haben würdest aber wir schauen mal halt da halt da ok ja einmal springt wichtig immer springt wie die italien waren ist egal von ok gut und jetzt packen wir die runde ich weiß ganz genau die letzte runde verkacken wie ich immer mich kenne wer diesen doofen fehler machen sorry aber es hat also wir sehen bei joki aufpassen ja sehr gut sehr gut ja ich weiß ich verkacken aber ich habe das jetzt wir nicht alles klar oh mein gott hilfe 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 schokolade schneller ok knapp ich bin deswegen auch zufrieden ok nur ohne fail wäre ich auch zufrieden aber nur ohne fail aber wenn du es nicht mal schaffst mal zu schaffen dann bin ich auch traurig habe ich schon wieder so herzschmerzen hey es tut mir weh hör auf mich zu nerven du Mauten jetzt hör auf mich zu nerven ja immer springen ist egal was ich versuche nur bei der letzten schlag den punkt da bei der letzten angriff sache da von Mauten in der dritten phase den punkt da nicht zu springen das versucht er nicht das ist meine challenge ok baby ok ja so genau ja mach einfach jetzt ich habe schon mehr schwitzen an meinen händen ich bin bei außen mal wenn ich jetzt schon wieder fehler ich da wird gewinnen bitte ok total nicht ich kann ich kann unterschieden aber ich mache nicht das macht mir entschieden ich mache ich aber nicht so potzina oh mein gott ok oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich werde verschoben alter 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 ich habe ich habe ich habe irgendwie problem gehabt ich habe schafft ich habe es gut gemacht das war okay und du bist da um bei jungen nach zehn minuten bei video genau sehr schön sehr schön oh mein gott ich habe immer so einen harsrasen aber ich habe es den nächsten geschafft diesmal ist doch okay und der knappe fällt am an diesem renntchen da das war auch gemein aber für euch machen ich will auch unbedingt mal mit euch weitergehen ich will ich will mit euch tatsächlich auch weiter gehen und nicht so lahmarschig langweilig darum langweilig deswegen habe ich auch einfach mal mehr spannen gemacht hat und dieser ritze da in den in den level da in den level mit den coolen rennphasen da muss ich echt zugeben ich wäre fast gestorben aber ich habe noch mich fast gerettet habe ja ganz kurz weisen schnitz gesehen da hat sich danach das stand einfach und dann habe ich halt ganz knapp auch da gestanden ich tanze da einfach und jetzt machen wir bereits ein neues weltuniversum wir machen jetzt eine neue welt wir werden nämlich jetzt dieser eiswelt aufbrechen dieser eiswelt wir sind so gespannt wie wir das schaffen ich habe gute laune ich weiß dass eigentlich die fede welt als chinesis dran ist aber ich wollte wo den die schnee welt machen als nächstes als lüge und das ja ist auf jeden Fall eine doofe idee gewesen oder ich weiß noch nicht ich schau mal wie wir es schaffen aber diese unbesiegbar oder glaube ich weiß gar nicht genau naja egal flugmann ist auf einmal arsch ist auf einmal ein arsch geworden aber der wohl besiegbar glaube ich ist ja nicht aber er ist halt sehr stark dieser doofe gegner dieser neue gegner wir noch nie richtig gekannt haben oder also er ist schon gemeint kann man sagen verrät einfach jetzt mein gott ne danke sehr ja 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 okay ja 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 Ach, Ludi, was will ich denn ohne dich machen, Mann? Ich glaube, ich will den verrecken. Oder? Ich glaube schon.